Herzlich willkommen zu einem Juh von kreativekiste.de Mir wurde gerade eine spannende Frage gestellt und ich wollte gerade eben zurückschreiben und wie ich gemerkt habe beim Tippen, das wird länger, habe ich mir gedacht, ich mache kurz ein Video. Es ging um die Frage, kann es nicht vorkommen, dass ich im Vakuum eine Dichtheit vorgegaukelt bekomme und beim Abdrücken mit 30 Bar Stickstoff auf einmal eine undichte Stelle finde? Kurz gesagt, ja, das kann vorkommen, das hat allerdings nichts mit vorgegaukelt zu tun, das hatte ich tatsächlich auch schon. Ich möchte das Ganze ganz kurz an einem Kälteschema mit euch anschauen und zwar habe ich hier einfach eine MUZ-AP42 genommen. Wie kann es also passieren, dass eine Anlage, die im Vakuum dicht war, jetzt auf einmal mit Stickstoff undicht wird? Und es kommt meistens daher, die Verschraubungen von einem Gerät oder die Lötstellen an einem Verdichter, denen ist es meistens egal, ob ich mit Minus 1 Bar oder mit 30 Bar auf Dichtheit prüfe. Ist eine Lötstelle oder ein Börtel bei 10 Bar dicht, dann ist der normalerweise auch bei 30 Bar dicht. Anders kann das tatsächlich bei Absperrventilen, Expansionsventilen oder eben beim Vier-Wege-Ventil sein. Ich verlinke euch unten ein Video, wo ich erkläre, wie ein EEV, also ein elektronisches Einspritzventil, funktioniert. Da habe ich eins aufgesägt, da sieht man auch das Innere von so einem Expansionsventil. Und die Besonderheit an diesen Ventilen ist eben, dass wir hier eine Dichtung drin haben. Und zwar meistens genau an der Stelle, wo eben der Spulenkopf draufgesteckt ist. Am Vier-Wege-Ventil hatte ich es jetzt noch nicht, aber ich hatte es schon öfters bei den Expansionsventilen. Was ich auch schon hatte, das gibt es hier jetzt weniger, wenn wir bei VRV-Anlagen eben einen Hochdruckschalter oder Niederdrucksensor haben. Auch da gibt es immer eine Dichtfläche aus Gummi oder aus Teflon. Und bei Dichtungen kann es durchaus sein, dass diese bei einem höheren Druck undicht werden. Wir hatten einmal sogar einen Fall bei einem Expansionsventil. Die Anlage war regelmäßig leer, wir haben mit 15 Bar immer auf Dichtheit geprüft und die Anlage war über Tage auch dicht. Dann haben wir den Druck mal auf 30 Bar erhöht und siehe da, so ab 28 Bar hat es am Expansionsventil angefangen rauszupfeifen. Und immer dann mittags, wenn es schön warm war, dann hatten wir diesen Druck mit flüssigem Kältemittel vor dem Expansionsventil. So aus meiner Praxis heraus würde ich jetzt sagen, Lötstellen und Börtel sind normalerweise dicht, egal wie hoch oder niedrig der Druck ist. Wobei es auch da bestimmt Ausnahmen gibt. Dichtungen, gerade von Absperrventilen oder Expansionsventilen, die können bei hohen Drucklagen eben durch die Gummi- oder Teflon-Dichtung undicht werden. Wobei da bin ich mir dann tatsächlich nicht ganz sicher, habe ich die durch die 30 Bar undicht gemacht oder waren die davor schon undicht. Deswegen wäre ich bei der Dichtheitsprüfung mit Stickstoff immer ein bisschen vorsichtig. Ich würde da im Druck nie so hoch oder so an die Grenze gehen, wo die Anlage vielleicht selber auch nie läuft. Auch wenn sie das theoretisch können müsste. Anders habe ich eine Unichtigkeit, die ich absolut nicht finde. Dann kann ich da mal danach gucken. Aber dann gibt es andere Möglichkeiten. Da mache ich aber noch mal ein Video drüber. Eben dann zum Thema Lecksuche. Okay. Okay.